Erste Besprechung. Sie und Prozent der anderen Spieler haben diese Wege genommen. Aiden gezeichnet, 76 Prozent. Einige haben es also nicht getan und Aidens Kräfte gezeigt. Oh, ich bin Durchschnitt. Von wegen, sie hatte Schnittwunden an den Armen. Also jetzt keine Schnittwunden im Sinne von, dass man was Scharfes, sondern eher Krallenspuren waren das. Und da hat sie gesagt, nein, das war ein Monster. Ja, warum auch nicht hier? Es gab aber keine Tasse. Es gab keine Tasse, Dschepatzky. Willkommen bei der CIA. Der nächste Sprung. Ach, guck mal, der springt auch auf der Zeitlinie hin und her. Jetzt verstehe ich's. Okay. Das ist aber nicht der Typ, den wir geküsst hatten, ne? Dein Zimmer. Hier lernst und schläfst du für die nächsten drei Jahre. Das Training startet morgen früh um fünf. Sei pünktlich. Alan Page in Umbrella Academy. Oh, 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 oh. Eins, zwei. 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 Können wir? Nein, wir können nicht. Das ist der Typ aus der Botschaft, genau. Ich kann auch nur vorwärts gerade und... Ja doch. Ich bin doch schon bei. Ähm, was soll ich drücken? Ah, okay. Was? Deswegen sind den rechten Stick, wenn die Aktion in Zeit... Achso, schuldigung. Ja, das kann doch mal passieren. Oh. Ich hab doch. Achten Sie auf Jodies Bewegung. Bewegen Sie nach unten. Okay, ich hab's ja verstanden. Ja, ich hab's verstanden. Von wegen, die Monster waren's. Mit den Verletzungen. Und, jetzt? Ja doch. Ganz genau so, Holmes. Komm schon. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Holmes. Ach du Gott. Ich mach's doch. Ich mach's doch. Ich mach's doch schon. Ich mach's doch. Ich mach's doch. Ich bin doch dabei. Ja doch. Ja. 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 Ich mach's doch. Nein, nein, nein. Okay. Ja doch, nochmal. Oh, 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 oh. Okay, nochmal. Ach. Ey, iss doch. Ja, ich muss nach unten. Das ist, ist, ist. Fangen wir nochmal an. Ja. Okay, 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 okay. Ich denke immer nach, äh, nach hinten. Aber ich muss, äh, gegendrücken. Fangen wir nochmal an. Ja. Nochmal. Okay, ich probier's. Training, Training. Ich hab doch Gott gedrückt. Ich hab gedrückt. Wirklich, ich hab gedrückt. Aber so richtig. Wie redest du denn mit mir? Ey, ich hab nach unten. Aber so richtig. War besser? War besser jetzt. Okay, war besser. Ups, Alter. Dann zur nächsten Deckung. Kapiert? Okay. Okay. Ich bin doch schon bei. Dieses Stress immer die ganze Zeit. Ich bin doch in Deckung. Gut. Ach, die Summe von D über K. Okay. Mikro von D nach N. Funktion. Ah, okay. Alles klar. K. Ja, siehste. Okay, Rekrut. Jetzt haut diese Ölfässer da um. Das sieht aus wie Star Wars jetzt. Wie soll ich das machen? Kann ich mit dir was machen? Aber der sieht doch gerade aus wie ein Rebell bei Star Wars, oder? Biden, bitte. Du musst mir jetzt helfen. Ich bin doch dabei. Ich mach doch schon. Und zwar nehmen wir das da. Nee, den da unten. Den da unten. Den. Nein, den da unten. Nein. Ey, den da unten. Nein, den da unten. Den da. Genau. Vorne, 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 vorne. Oh. Feuerpreis. Gut. Und jetzt weiter. Ach nö, jetzt geht's wieder mit Kämpfen los. Und schon wieder blutig. Was soll ich denn da drücken? Warte mal, nach unten. Okay, ja, nach unten. Und RB drücken. Oh, das krieg ich doch bestimmt nicht hin. Was? Hat er uns gerade fett genannt? Das ist doch super. Und? Das soll keine verfluchte Kaffeefahrt sein. Oh nein, nein, das tut weh zu... Aber das tut schon weh beim Hingucken. Aua. Aua. Genau so tut es weh. Halten Sie zum Heilen. Oh Gott, das ist so kompliziert. Oh Gott, der hat einen Knüppel. Hab dich. Knacks. Knacks. Ach so, aufgegeben. Nicht übel. Was? Das war fehlerfrei. Hey. Das war... Also... Du bist. Aber das war wirklich. itte... Was? Ach so, die ist. Was ist zum ersten Mal ... Und dass es ist, dass ich das nicht. Was ist das? Und dann, wie ist das? Dann, was war ich? Bei mir. Oh, das war ich. Ich weh. Muss los, die ist ja noch nicht. Der hat uns gesehen da oben. Was können wir jetzt machen? Äh, da war was. Unsere eigenen Leute schlagen, war K.O.? Ist da wer? Psssshhhh, nicht so laut. Der da drüben... Das ist ne Wache. Der läuft da hinten lang und sieht nicht, dass sein Kumpel hier hat, ne? Wir können zum Fass gehen, wir können aber auch da vorne. Ich geh mal zum Fass. Fass ist besser. Können wir da reingucken? Ne. Düdüd! Psssshhhh. Psssshhhh. Aha. Den Typen da oben sehen wir trotzdem. Können wir da drüben hin? Ne. Wie können wir den, den da oben... Ähm... Lass mich raten, ich muss zur Zielflagge hin, ne? Ne, 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 ne. Das fangen wir gar nicht erst an. Das muss anders gehen. Die Frage ist wie? Ich komme gar nicht zurückgelaufen. Ich habe gar keine andere Möglichkeiten. Oder? Oh, 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 okay, jetzt wird zu weit. Wir haben keine anderen Möglichkeiten. Oh, böse Falle, böse Falle. Ah, ich bin hier. Oh, 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 oh. Können wir ihn nochmal dazu bringen? Ne, 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 das hat sich ausgekommen. Dann müssen wir warten, bis er hier vorbeigelaufen kommt. Dann aber nochmal eh ins auf die Hohle Nuss hier. Ah, Mist, ich hab die Chance vertan. Nicht übel, Jodie, aber wenn das kein Training wäre, dann wärst du jetzt tot. Na toll. Wenn das kein Training wäre, dann wär das dein allerletzter blöder Spruch, Ryan. Glückwunsch, Agent Holmes. Gut gemacht. Willkommen bei der CIA. Danke, Sir. Ja, Jodie. Willkommen bei der Agency. Hey, du bist mit dabei, Jodie. Herzlichen Glückwunsch. Zu erfreut scheint er aber nicht zu sein, oder? Willkommen bei der CIA. Sie, in guter Form. Okay, ich hab positiv abgeschnitten. Während des Trainings nicht entdeckt. Ach so, jetzt das letzte, ne? Fantastisch im Kämpfen. Das war super. Easy. Gejagt. Die Frage ist, ob chronologisch durchspielen vielleicht sinnvoller wäre. Aber eigentlich auch nicht. Welchen nicht. Ich sprach das nicht. Ich sprach das nicht. Okay, sieht alles gut aus. Ist hier irgendwer drin? Nö. Okay, weiter kommen wir nicht. Ach so, mit der Taste können wir uns schnell drehen. Ah, ich verstehe. Nee, wir spielen nicht. Komm, 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 komm. Aber wir können uns wecken. Können wir hier mindestens durch? Nee, ne, ne, ne. Verschwinde, Aiden. Komm, ich hab nicht geschlafen seit drei Tagen. Okay, ich bin müde. Oh, 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 oh. Unerwarteter Stopp. Ähm, ähm. Ich kann... Aufstehen. Guck mal da draußen. Na toll. Na toll. Komm, 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 komm. Oh, 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 oh. Komm, mach mal rauf. Oh. Komm, doch. Hey, aufpassen! Alle runter! Polizei! Ding! Hey, was soll das? Gar nichts. Muss so. Nein! Schnell, Aiden! Du kannst du. Ja. Ja. Du kannst. Na, 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 na. Na, 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 na. Lasst mich los. Oh, Gott. Ich sehe doch gar nichts. Ich sehe doch gar nichts. Ei, 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 ei. Das war nicht gut. Oh, noch einer. Oh. Ey, was ist denn hier los? Mir fehlen die Hinweise. Huch. Och, da kommt noch einer. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Batsch. Und tschüss. Scheiße gedrückt Eieieie, weiter komme ich ans Schwitzen hier bei der Anstrengung. So viel habe ich noch nie gekämpft. Er redet also mit ihr und sie versteht das. Ich kann aber auch nicht zu ihm wechseln, jetzt gerade. Oh, schon krass. Oh nein, nicht Hunde. Bitte keine Hunde. Shit. Shit. Rutschen. Boah. Boah, ich sehe nichts. Das wackelt alles. Aua. Nein. Die Kamera, die wackelt so doll. Ist hier nichts. Oh, 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 oh. Wieso schießt die? Ich war's nicht. Ich bin unschuldig. Oh Gott, jetzt ist ja noch frei rennen. Ich sehe doch nichts. Oh, 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 oh. Die Bluthunde sind hinter mir. Nein, du hast mich nicht gesehen. Hier sieht mich keiner. Siehste, siehste, siehste. Geht nachher rum. Nein. Ah. Nicht Rex. Nicht Kommissar Rex. Bitte nicht. Nein, nein, nein. Noch einer. Bitte nicht die Hunde. Oh, 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 oh. Ah, die tut mir so leid. Scheiße, wo ist die hin? Ich weiß es nicht. Wo muss ich hin? Ich sehe nichts. Oh Gott. Oh, oh. Da lang? Ach, hier. Ja. Nein. Hoch. Hoch mit hier. Wir brauchen mehr Licht hier drinnen. Wir stehen überhaupt nicht. Nein, 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 nein. Nichts außer Fels und Geröll. Und da hoch schafft sie es im Leben nicht. Genau. Scheiße, sie ist uns entwischt. Travis, wir brauchen die gottverdammten Hunde, sofort! Oh oh. Oh oh. Oh oh.